Der Traum vom Titel bei der Europameisterschaft im eigenen Land ist leider vorbei, nachdem sich die deutsche Mannschaft höchst dramatisch mit 2 zu 1 gegen Spanien geschlagen geben musste. In diesem Video zeige ich euch, wie es ihnen und Bundestrainer Nagelsmann dennoch fast gelungen ist, ins Halbfinale einzuziehen. Sobald Spanien in die deutsche Hälfte kam, wurde es fast immer gefährlich, weil sie ein starkes Positionsspiel aufziehen und Deutschland nicht wirklich gut im Tiefen verteidigen ist. Das habe ich so auch 2-3 Tage vor dem Spiel schon geschrieben, dass Deutschland nicht unbedingt im 5-3-2 wie schon gegen die Schweiz und gegen Dänemark verteidigen sollte, da man in den Spielen relativ viel Räume angeboten hat, die die Gegner aber nicht ganz so gut bespielt haben, was aber gegen die Spanier auf jeden Fall anders zu erwarten war und dann auch gewissermaßen so eingetreten ist, aber dazu kommen wir später. Und daher war der Grundgedanke von Nagelsmann, den spanischen Ballbesitz von Beginn an so stark wie möglich zu minimieren, weil sobald die in der deutschen Hälfte waren, wurde es ja eigentlich auch immer gefährlich, wie man in dem Spiel gesehen hat. Das zu verhindern ist einem entweder über eigenen Ballbesitz gelungen oder durch hohes Zustellen aller Spanier, wenn diese eben den Ball hatten, sodass sie nur in ungefährlichen Bereichen lange am Ball waren. Oft sah es dann folgendermaßen aus, dass der Torwart Una Simón von Spanien den Ball im spanischen 4-2-Aufbau hatte, aber keine Passoptionen vorfand und dann häufig lang spielen musste, weil halt alle 10 Feldspieler von Spanien von den deutschen 10 Feldspielern zugestellt wurden. Natürlich war es riskant, Spanien so über das komplette Feld Mann gegen Mann zuzustellen. Das Ganze sah dann meistens so aus, Rüdiger agierte dann auch als Rechtsverteidiger, weil Kimmich 1 vorgeschoben ist, groß war dann Meta der Innenverteidiger und so war man halt jeweils einem Mann von Spanien zugeordnet. Wie gesagt, musste Una Simón dann häufig lang spielen, hat er meistens Morata gesucht, der sich als Stürmer häufig gelöst hat, hatte aber Meta auch einen relativ starken Gegenspieler, konnte er sich mal durchsetzen, wie in dem Beispiel hier, wurde es auch gefährlich. Hier kann es groß mit einem taktischen Foul noch verhindern, aber meistens war man physisch überlegen und gewann seine Duelle, wenn Spanien sich lang hinten raus befreit hat. Die größere Gefahr bestand eher darin, wenn sich Spanien doch mal spielerisch befreien konnte, da der 6er Raum dann komplett geöffnet war, weil man beim Vornezustellen extrem große Abstände zwischen der vorderen Pressing-Einheit und der Abwehr hatte. Häufig haben sich dann auch mal die Flügel Nico Williams oder Laminia Mal in dieses große Loch bewegt, um da den Ball zu erhalten, da musste man sie halt eng verfolgen, hat meistens auch gut geklappt, dass man das verhindern konnte, aber es war natürlich immer auch ein großes Risiko mit dabei und da hätte man durchaus auch schon früher bestraft werden können in der ersten Halbzeit mit einem Gegentor. Andererseits hat man es aber auch oft geschafft, die spanische Verbindung zwischen Abwehr und Angriff abzukappen, wenn sich der 6er Rotry mal tiefer fallen ließ, wie in dem Beispiel, aber dann eben von Gündogan trotzdem verfolgt wurde und somit wurden die Spanier halt daran gehindert, schon im Aufbau eine Überzahl zu kreieren, außer mit dem Torwart, der dann lang spielen musste. So ist es aber im Grunde gelungen, dass die Spanier nie wirklich viel Zeit am Ball hatten und dann eben schnelle Entscheidungen treffen mussten, schnelle Kombinationen spielen mussten, sodass sie sich die deutsche Mannschaft jetzt nicht komplett zurechtlegen konnten. Schauen wir darauf, was das DFB-Team im eigenen Ballbesitz gemacht hat. So ist man mit Balle in gewohntem Muster aufgetreten. Toni Groß hat sich natürlich fallen lassen, ist abgekippt in einen Dreieraufbau, heute tatsächlich sogar auch häufiger zentral wie links, wobei Spanien aus einem 4-4-2 heraus nicht komplett 1 gegen 1, so wie Deutschland angelaufen ist, sondern hinten eine Plus-1-Absicherung gewahrt hat. Vorne konnte man somit nur zwei der drei Aufbauspieler von Deutschland in der ersten Linie zustellen, haben das dann eben gemacht mit dem linken und dem zentralen Innenverteidiger des deutschen Dreieraufbaus, die wurden zugestellt, da das eben die häufigsten Positionen sind, auf denen Toni Groß vorzufinden ist und der sollte halt meistens Gegnerdruck haben, sobald er den Ball bekam. So wurde das Spiel immer wieder auf Rüdiger gelenkt, der meist als einziger Spieler frei war, als rechter Innenverteidiger und daher auch häufig halbrechts antribbeln konnte, ohne da so wirklich Gegnerdruck zu bekommen, hat ja da auch häufig Halbfeldflanken gebracht, da war ich meistens kein Fan von, aber er hatte auf jeden Fall am meisten Zeit am Ball und ja, das war eben bewusst so gewählt, weil er nicht unbedingt der gefährlichste Spieler ist. Also wenn er den Ball hat, gegen den Ball ist Rüdiger natürlich für jedes Team und für jeden Gegner gefährlich. Allerdings war das in Halbzeit 1 mit Can, der da als alleiniger Sechser spielen musste, nicht wirklich effektiv, weshalb sich dann Gündogan, wie wir hier sehen, auch häufiger mal neben ihm fallen ließ, um ihn da im Zentrum zu unterstützen, aber auch das haben die Spanier relativ gut verteidigt, so dass man offensiv in der ersten Halbzeit nicht allzu viele Aktionen hatte, auch wenn ich sagen würde, dass der erste Durchgang komplett ausgeglichen war, man hatte zum Beispiel auch zwei Havert-Chancen, eine war ja tatsächlich nach einem langen Ball von Rüdiger, da hat man tatsächlich mal genutzt, dass er der einzige Spieler war, der freigelassen wurde, aber ansonsten war jetzt nicht allzu viel los in der ersten Halbzeit. Nagelsmann reagierte dann zur Halbzeit mit den zwei Auswechslungen von Can und von Sané, die ich nicht als verschwendete Wechseloptionen ansehen würde, was es jetzt im Nachhinein ja schon so ein bisschen hieß, wurde auch kritisiert, dass sie in der Startelf standen, da war ich auch überrascht, nichtsdestotrotz finde ich, dass sie ihre Arbeit gegen den Ball auf jeden Fall erfüllt haben, zu dem Zeitpunkt, also zur Halbzeit, stand es auch 0 zu 0, man hatte dann frische Spieler für das intensive Pressing, so hatte man dann das spielstärkere Personal mit gleichem Druck auf den Gegner in einer ganzen Halbzeit, plus Verlängerung auf dem Feld. Zu allem Überfluss fällt ausgerechnet dann das 1 zu 0, da man es erneut nicht schafft, im tiefen Verteidigen den zentralen Raum vor der Abwehr zu schließen. Groß orientiert sich an Morata, Andrich lässt sich etwas zu tief fallen und Neuer kommt auch nicht so wirklich ins Eck, also das sahen alle nicht so wirklich optimal aus und das war halt eben wieder so eine Szene, wie schon in der ersten Halbzeit häufig der Fall gewesen, nur dass sie diesmal ausgenutzt wurde. Im weiteren Verlauf ist es aber gelungen, Spanien tief hinten reinzudrücken. Gerade die Flügel, also Jamal und Williams, wurden extrem tief gebunden und mit der zunehmenden Müdigkeit von Spanien konnte Groß das Spiel von hinten heraus immer mehr aufziehen. Nach zahlreichen Chancen spielt dann natürlich auch er die Seitenverlagerung raus auf Mittelstedt, Spanien bekommt keinen Druck mehr drauf, Kimmich legt die Flanke überragend ab und Wirts bringt uns in die verdiente Verlängerung. Um das zu erreichen, musste man aber auch All-In gehen. Nagelsmann hat erneut relativ früh reagiert, schon nach 80 Minuten auf ein 4-1-3-2 so in der Art gegen den Ball umgestellt, mit Andrich dann als Innenverteidiger, Groß als Sechser, davor dann Musiala, Wirts und Müller und einen Doppelsturm aus Havertz und Füllkrug, während Spanien jetzt mit einer falschen 9 spielte, wollten da gegen den Ball nochmal etwas defensiv stärker sein. Zur Verlängerung stellte man auf deutscher Seite mit Anton für Havertz wieder auf das gewohnte System um, während sich aber auch Spanien wieder im Spiel anmeldete. Zuvor standen sie ja in der zweiten Halbzeit, nachdem sie getroffen hatten, fast nur noch hinten drin. Mit der Einwechslung von Rosselló setzte De La Fuente aber auch ein Zeichen, wieder mitspielen zu wollen und das hat man dann auch getan. Letztendlich war es eine komplett ausgeglichene Verlängerung, bei der auf der einen Seite ein Handelfmeter verwehrt bliebt und auf der anderen Seite ein Moment der Unaufmerksamkeit das Spiel entschied und einen glücklicheren Sieger hervorbrachte, der nun wahrscheinlich auch die EM gewinnen wird, was ich aber auch gesagt hätte, wenn Deutschland sich hier durchgesetzt hätte. Abschließend kann man sagen, dass der Matchplan von Nagelsmann perfekt aufgegangen ist. Er wusste um die Schwächen seiner Mannschaft, die im Spiel auch klar aufgezeigt wurden, hat diese aber durch die eigene Herangehensweise so gut wie möglich minimiert. Vor dem Spiel meinten viele, man hätte keine Chance gegen Spanien, doch am Ende war man die leicht bessere Mannschaft, wie ich finde, die im Spiel der beiden besten Mannschaften im Turnier sehr unglücklich verloren hat. Wir sollten auf jeden Fall stolz sein auf diese Mannschaft und das Trainerteam, denn die haben auf jeden Fall Großartiges geleistet, auch wenn es jetzt schon relativ früh mit dem Viertelfinale vorbei ist, was aber auch sehr unglücklich ist mit dem Turnierbaum, dass man jetzt schon gegen Spanien gespielt hat und da eben in einem Spiel, in dem man nicht die schlechtere Mannschaft war, ausgeschieden ist. Das soweit mal meine Analyse zum wahrscheinlich besten Spiel des Turniers. Ich glaube kaum, dass bei den verbleibenden Mannschaften nochmal ein ähnlich gutes Spiel stattfinden wird. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung zum Spiel, zu meiner Analyse in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!